Moin, willkommen auf dem Bahnhofsvorplatz in Dessau. Hier ist einer der Endpunkte im Dessauer Straßenbahnnetz. In Dessau gibt es im Jahr 2022 zwei Straßenbahnlinien. Die Linie 1 verbindet den Hauptbahnhof mit dem Süden, die drei mit dem Südwesten der Stadt. Hier kommt ein Zug durch die Fritz-Hesse-Straße zum Hauptbahnhof. Dabei begegnet ihm ein Erdgasbus. Untertitelung des ZDF, 2020 Nach der Fahrt durch die große Schleife und einem Halt am Hauptbahnhof fährt der Zug wieder in Richtung Dessau Süd. Im Süden Dessau verläuft die Strecke entlang der Heidestraße. In der Mitte der zweigeteilten Fahrbahn der Straße gibt es einen eigenen Bahnkörper für die Straßenbahn und einen grünen Streifen mit einem Fußweg. An mehreren Stellen warnen Verbotsschilder vor dem Betreten der Bahn. Fahrbahnanlagen. Direkt bei der katholischen Kirche der heiligsten Dreieinigkeit liegt die Wendeschleife Tempelhofer Straße. Sie wird im Uhrzeigersinn befahren. Fahrbahnanlagen. 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 Noch mehr Ansichten aus der Heidestraße. Fahrbahnanlagen. 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 Diese Bahn biegt zum Betriebshof ab. Etwas weiter nördlich in Höhe des Friedhofs liegt dieses Gleisdreieck an der Heidestraße. Es wird wohl schon länger nicht mehr genutzt. Auch in der Ferdinand von Schildstraße, nicht weit vom Hauptbahnhof, liegen ungenutzte Gleise. Wir fahren mit einem Zug der Linie 3 über die Brauereibrücke. sind die Baunen im bis jetzt so nicht wegfassen. Der Zug fährt von der Haltestelle Zoberberg Mitte weiter zur Endhaltestelle Junkers Park. Hier seht ihr weitere Aufnahmen aus dem Westen von Dessau, entlang der Strecke der Linie 3. Die Strecke der Linie 3. Die Strecke der Linie 3. Etwas weiter in Richtung Innenstadt, in der Lindenstraße, liegt dieser eingleisige Streckenabschnitt. Die Strecke der Linie 3. Die Strecke der Linie 3. Die Strecke der Linie 3. Auch an der Ecke von Lindenstraße und kleiner Schaftrift gibt es ein Gleisdrein. Hier fährt ein Zug in Richtung Junkers Park durch die Lindenstraße. Sehen wir nun von außen zu, wie eine Bahn über die Brauereibrücke fährt. Die Strecke der Linie 3. Die Strecke der Linie 3. Die Strecke der Linie 3. Etwas weiter an der Askarnischen Straße liegt dieses interessante Gebäude, das Druckhaus. Wechseln wir noch einmal zur Linie 1. Hier sehen wir einen Zug beim alten Wasserturm. Eins der bekanntesten Gebäude in Dessau ist das Bauhaus. Es liegt zwar nicht an der Straßenbahn, trotzdem möchte ich euch zum Abschluss ein paar Ansichten zeigen. Und damit sage ich für heute Tschüß und bis zum nächsten Mal! Tschüß und bis zum nächsten Mal! Tschüß! 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 Untertitelung des ZDF, 2020